Ich glaube nicht an Glück, ich glaube an harte Arbeit und daran, dass man jeden Tag nutzen muss, weil nur dann begegnen einem die Opportunitäten. Wenn die Opportunität dann kommt, kann man sie zu Geld machen, das gelingt aber nur, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Das Umfeld sagt dann schau mal, der hat Glück gehabt, aber du weißt, das ist in Wahrheit jahrzehntelange harte Arbeit und präzise Vorbereitung.